Körchen. Hallo. Nach langer, langer Zeit und ohne Üben und... Wie immer eigentlich, wenn wir Warplike spielen. Hüsschen. Hüsschen? Hüsschen. Hüsschen. Also. Ich dachte eher an Shorts, aber... Hä? Achso, Hüsschen, ja. Höhöhöh! Aber schon okay, gib deine Präferenzen preis. Ja, ich mag Shorts nicht. Wenn man durch Bremsen läuft, dann tut das so weh. Oh mein Gott, eine Pokémon-Referenz. Deine etwa nicht? Im Hinterkopf? Witzigerweise nicht. Nein. Ich meine, ich kenne die Referenz und ich bin erstaunt, dass du sie wusstest, aber ich hatte sie nicht im Kopf, nein. Also, nicht. Ich habe ja auch mal Pokémon gespielt vor langer, langer Zeit. Ich mag Shorts, der kommt wie in easy to wear. Aber in Englisch kann ich den Spruch auswählen, ich habe auf Deutsch nicht. Aber ich habe gesagt, ich habe auf Deutsch Shorts, ne? Ja, ich glaube schon. Wer willst du Shorts sonst nennen? Kurzbeinige Hosen. Kurzhosen. Ja. Stoffarmes Beinkleid. Manfred, hast du meine Kurzhose gesehen? Ich sollte nach rechts ziehen, denke ich. Rechts. Ja. Wie ist für Manfred und seine Kurzhosen-Gang. Ich bin übrigens erstaunt, dass die ganzen Name-Tags hier ein bisschen anders aussehen, als ich sie gewohnt bin. Was ist das nochmal für eine Version, die ihr wirst spielen? Die neueste, erst auf Anfang Mai. Das ja. Weapons of Victory Update. Ja. Falls einem das mehr sagen sollte. Ist nicht irgendwie jedes Weapons of Victory oder sowas in der Richtung. Das letzte Update war Big Guns. Auch gut. Übrigens, ähm... Die Lancaster, ja. Na, da ist eine Focke da hinten, aber die zieht nicht zu mir, okay. Ah, die Lancaster sinkt. Äh, ne, tut sie gar nicht. Dreht's. Oh, kleiner, kleiner. Vorsicht, Volk, Volk, das hört knapp. May death be upon you. Bist du hin? Äh, auf die Focke. In finale? In finale. In finale. Wenn du sie vor mir kaputt kriegst, gerne. Ich stürze gerade eh ab, von daher. Ja, stürzt sie ab oder versucht sie nur... Eine dive nur, okay. Ja, dann hol ich mir den jetzt. Oh, bist doch abgestürzt, gut. Aber die Messages sind wieder auf Englisch, weil die Farben anscheinend geändert wurden. Shit. Shit. Ja. Oh, die 16. Eine gewesen, eine I-16. Ja. Hey, wir spielen mal gemeinsam, das machen wir selten. Cool. Außer, dass du gerade ganz woanders hinfliegst, kann alles, wie ich sage. Ja, weil... Ja. Weil ich gerade kurz halb blind war. Weil wegen so... Rotationskräfte und so. Oh. Ich sehe gerade die ganzen, ähm... Achtung, Telphoner. Das sind Telphoner waren. Das ist schwer, es ist sehr zu schlecht. Und da, und da, und da. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Und ich bin, ich war betroffen. Ja, in dir, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ja, in dir, ich bin, ich bin. Feuer hält es für Jahre, Junge. Aber, mir fällt... Ah. Zwei Stück oder vielleicht sogar drei. Keine Ahnung. Ich hoffe gerade darauf noch irgendwen in meine... ...Ganzzeit zu kriegen, bevor mich alle auf einmal gerade abballern. Ah, Malambo-Jekonheim. Okay, aber Goldeneye... Ne, andersrum. I sleep on light of work all day. Hab's zu lange nicht mehr gesehen. Dead. Gut. Aha. Ich sehe gerade Shotdown. Okay. Auch schön. Ja. Ist kurz und bündig. Ist auch mal eigentlich eng geschlossen. Hab ich ja gerade gesagt, das steht wieder auf Englisch, weil die anscheinend die Farben geändert haben. Ja, ich weiß. Das hab ich gerade eben erzählt. Weiß ich. Aber ich hab jetzt noch mal gesagt, dass ich es gut finde. Ja. Dass wir es eigentlich auf eng geschlossen können. Jaaaa. Mach keinen Einwurf, wenn du nicht den Einwurf des Einwurfs haben willst. Oder so, die Erwiderung des Einwurfs. So, das wollte ich eigentlich sagen. Sagt der Richtige. Warte. Okay. Aber, dass die jetzt die Flugzeuge und mit den verschiedenen Materialien da wirklich auch richtig implementiert haben, finde ich gut. Weil dadurch sind nämlich die, ähm, WRs etwas haltbarer geworden. Eben. Schön, ganzes, ganz Metallbauweise. Du räucherst. Ja, das schon. Aber pfff. Ach. Pfff. You know. Wohin fliegst du? Artillerie. Ach so. Okay. Ja. Viewfighter da oben. Die ist doch nice. Ja. Grit. War nice. Ja. 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 Oder auf mich. Ich bin jetzt am fein, yo. Äh, da. Warum versucht ihr auch mich zu head on? Das ist, äh... Er kennt dich nicht. Nee, es ist überhaupt, ich flieg eine BF. Ja, gut, ne. Und wie immer, ne. Ich habe jetzt das Flugzeug ausgerüstet, was ich schon geacet habe. Und genau mit dem mache ich jetzt meine 12.680.000 Kills, ne. Mhm. Ups. Flugzeug, direkt vor mir. Focke. Dead. Ja, dieses Update hat endlich wieder die Zustände, ähm, äh, hat das Spiel wieder so gemacht, wie ich es gewohnt bin, von der Zeit, als ich damals noch mit Markus gespielt habe. Ja, ja, damals... Als er uns noch nicht verraten hat. Nicht der Markus, der andere Markus. Ach ja, das muss ich jetzt nicht so erzählen. Tut doch gar nichts zur Sache. An dem Blötchen nebenbei. Och, boah. Lebst du noch? Nein, lebst du nicht mehr. Das sehe ich nicht mehr. Nö, nö. Ich habe aber lange genug gelebt, finde ich. Das weiß nicht, je zwei Trop. Ja. Aber es ist so. So macht das Spiel wieder Spaß, weil jetzt, jetzt verhalten sich die Deutschen auch wieder so, wie ich sie gewohnt bin. Also von, da, also welche Treffer welchen Schaden machen. So bin ich das auch gewohnt von. Damals. Muss man ja schon sagen, eine ganze Weile her. Hallo, liebe King Cobra. Du bemerkst mich anscheinend gar nicht. Das ist ein bisschen blöd für dich. Will ich jetzt nicht so sagen, aber das sage ich jetzt so. Ah. Ich habe eine Flaggen umbracht. Das ist schon... Naja, immerhin. Schweres Atmen. Ja. Hm. Hat mich gerade ein bisschen aufgeregt, dass ich... Wechseln da oben. Okay. Ja, aber bei der G6 habe ich nämlich noch, ähm, nicht die, ähm, Kanzeln außen dran. Und ich habe noch die, ähm, Leuchtformunition mittig. Ah. Und damit kann ich so echt nicht zielen. Bei den BFs brauche ich, brauche ich einerseits die, ähm, Gumpods und ich darf keine Leuchtformunition haben. Ansonsten verwirrt mich das zu sehr. Mhm. Weil so ein... Waffenstrahl nur mittig zu haben, das ist... Russen und... Nicht Deutsch. Für mich. Gut. Die Boote gehen aber schnell flüten, gerade. Ja, wir sind gut. Gut. Ja, du. Du bist los. Ich meinte das Team. Ja, geht. Besser Staffel. Oh, weil mir noch so liegen könnte. Ja. Acht Minuten, das geht wirklich schnell. Ausgleichende Kraft. Und schade, dass ich nicht den besten Staffel Wager eingebaut habe. Ich habe überlegt, ob ich's do. Ah. Ich habe eine Schlacht-Trophä... Ach, man kann Schlacht-Trophäen jetzt auch so kriegen. Hä? Ja, klar. Ne, die Schlacht-Trophäen sind jetzt auch, ähm, solche Sachen, wo du verschiedene Sachen kriegen kannst. Ach so, das sind doch nicht die normalen Battle-Trophäen. Ja doch, aber die sind jetzt anders auch. Die haben jetzt auch dieses, dieses, dieses Zufallsrad. Oh, ja. Naja. Battle-Trophy von 10.000, Standard. Oh, so, okay. Acht Kills. Hm, hat was. Brr, 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 brr. Ne, Kompressor, Kompressor ist gut. Neue Errungenschaft, stell deine Region 2. Wirbt 50 Fahrzeuge. Hab ich schon lange, aber... Ah. Der müsste ja eigentlich auch schon eine ganze Weile haben, naja. Also irgendwie hat der Booster nicht getan, was er sollte. Ja, ist ja noch eine Beta, ne? Doch hat er. Man sieht den Booster erst, wenn man über die Forschung drüber hapert jetzt mittlerweile. Aha. Ah. The more you know. Yeah... Leute weinen. Und ich kann ziemlich tight von heraus